Musik Ja, servus und hallo ihr Lieben, schön dass ihr dabei seid. Grüß die Generation, meine drei Follower, den Zett, die Susi und den Schorsch, Pussi. So, heute ist die erste Folge von Lustig kochen und Joden mit Marie. Und ich habe euch auch ganz besonderes mitgebracht, und zwar einen Apfelstrudel. So, heute kaufen wir Apfelstrudel. Und ihr seid bestimmt genauso aufgeregt wie ich, weil ihr habt vorher noch nie was bekommen. Jetzt schauen wir einfach mal, wie das wird. So, wir nehmen den Apfelstrudel und legen den auf den Herd. So, und in der Zwischenzeit gibt ein Song von mir, zwei Apfelstrudel-Song, das sind zum Thema. Und, zwei, drei. Du sagst, Apfelstrudel mag ich gern, doch leider kann man den nicht gern. Doch jetzt ist der Strudel neu geworden. Und jetzt gibt's den auch auf die Ohren. Apfelstrudel, Apfelstrudel, du machst mich glücklich, du machst mich fröhlich. Und wenn ich dich vernaschen tue, schau mir die Welt beim YouTube zu. So, das war der Song. Und jetzt schauen wir mal, der Apfelstrudel, der hier eben ist, na, der ist ja noch ganz bald. Hi, Lucy! Hi! Hi! Hallo, Marie! Servus, Lucy! Ja, was hast du denn da schönes gebacken? Ja, und das ist eine Apfelstrudel, der ist, mh, mh. Schauen wir mal, ihr hört mal, oh, die ist ja schon mäßig lecker. Ja, und jetzt schauen wir mal, liebe Apfelstrudel, da ist er. Super, schaut ihr auf einer, dann sind da zwei. Super, das war meine erste Folge, los mit dem Kumpen, Warten, Richtig, Bally. Weiter geht's mit der Lucy und meinen Stallingtips für Männer. Lucy, ich bin schon so gespannt auf den Stallingtips für Männer. Ja, ich auch. Ja, ich bin schon so gespannt auf den Stallingtips für Männer. Ja, ich bin schon so gespannt auf den Stallingtips für Männer. Ja, ich bin schon so gespannt auf den Stallingtips für Männer. Ja, ich bin schon so gespannt auf den Stallingtips für Männer. Ja, ich bin schon so gespannt auf den Stallingtips für Männer. Ja, ich bin schon so gespannt auf den Stallingtips für Männer.